An Katrin Brömmel verrät, so kam und traute X27 Semi-Kolon es zu Marios Kinderbuch. Er schoß Deutschland 2014 zum Weltmeistertitel, kämpfte mit seiner Gesundheit und brachte all diese Erfahrungen zu Papier, vor gar nicht allzu langer Zeit wagte sich Mario Götze, 25, auf völlig neues Terrain und verfasste ein süßes Kinderbuch über sein turbulentes Leben als Profifußballer sämtliche Erfolgsmomente und Niederlagen in Begriffen. Warum der Borussia Dortmund-Star diesen Weg gewählt hat, verriet seine Besserhälfe. Dass den Schritt in die Literatur wagt, dürfte für viele eine Überraschung gewesen sein. Für Ann-Kathrin Brömmel, 28, langjährige Freundin und mittlerweile Verlobte des Sportlers, eine logische Konsequenz. Gegenüber Promiflas offenbarte sie jetzt, die Geschichte, die zu erzählen hat, ist einfach extrem und einmalig. Er ist für so viele junge Menschen, weil er noch so jung ist, ein starkes Vorbild. Wir haben uns gedacht, die Jüngsten können am meisten etwas davon mitnehmen, deshalb wäre es schön, ein Kinderbuch zu machen. Seit Dezember 2017 ist Marios großer Traum im Handel erhältlich. Wie der Kicker damals in seiner Instagram-Story verriet, werde sämtlicher Erlös dem guten Zweck dienen. Bei einem Buch soll es übrigens nicht bleiben. Wie die schöne Blondine erklärte, könne sie sich noch größere Werke vorstellen, seine Karriere geht ja noch ein bisschen weiter, die Biografie steht noch hinten an. Und dafür hätte definitiv genug Material. Wie gefällt euch Marios Einsatz für die Jüngeren? Finde das absolut top, so gehört sich das muss nicht sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.